Willkommen wieder zurück zu Luigi's Mansion 3. Im letzten Part haben wir ein paar kleine Probleme mit dem Kanal Abwasseranlage gehabt aber jetzt sind wir glaube ich mittendrin Die Rätsel zu capieren Warte mal ist das was etwas für Luigi? Oh mein Gott geht es Das sieht so dummi. Gerne. Okay, das ist ein Shortcut für Luigi. Und so können wir wieder zurück gehen. Nee. Das sieht mir nur nach einer normalen Kiste aus. Ja. Das hat leider nichts besonderes. Ja komm, wir gehen einfach nach oben. Okay, was macht der? Ähm. Das sieht nicht gut aus. Nein! Nein! Du steckst ja ganz schön tief im Schlamassel, Luigi, umso besser, dass ich aus technischer Sicht gute Nachrichten verkünden kann. Der Schreckwerk-Flu ist wasserdicht. Dieser Geist hat mit dem Schalter den Wasserstand manipuliert, deshalb ist jetzt dein Weg kopiert. Guck doch mal, den Abwasserkanal entlang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Also ich kann hier quasi nix machen. Quasi. Okay, was ist hier? Hier ist eine Truhe. What am I? Liest da jemand, also liest da ein Geist in der Zeitschrift oder was ist hier los? Ich wusste doch, dass es hier was zu entdecken gibt. Was ist das? Ist das ein Kochtopf? Cooles Rätsel. Okay, was ist das hier? Ausrüstung. Hauptsache Geld. Es sah eher so aus, als wäre das ein Secret. Okay, das ist ziemlich cool. Nein, 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 nein. Okay, wohin könnte, ähm, der Weg? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ah, cool. Eigentlich wollte ich in die Richtung. Warte mal. Warte mal, da kann man noch was entdecken. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, spannend. Da reinzugehen. Ja, spannend. Da reinzugehen. Warte. Warte mal, stopp. Okay. Wohin führt mich das hier? Zu Manni. Okay. Oh. Schnell weg. Das waren Bomben, Alter. Das war's. Oh. Der hat sich einen großen Teufel mal dabei. Oh. 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 das ist nicht hin und das andere wahrscheinlich da oben ich muss wahrscheinlich mit wie zu ihm wieder durch was anstellen ja was nein nicht rein ich könnte mir vorstellen dass die entwickler so richtig preis sind ja 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 Wollen wir uns nach oben gucken? Warte mal Wollen wir uns nach oben? Okay Wollen wir uns nach oben? Wollen wir uns nach oben? Wollen wir uns nach oben? Okay O, okay Moneten das war glaube ich ein kristall was ist hier nein ich wollte eigentlich abbremsen ja 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 das war ein geister ja 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 Ja...